Hallo Ash, gerade eben hast du ja ordentlich geplant Stimmbassern und jetzt haben wir hier noch ein bisschen was zum aufmachen. Tipptapptunen. Das ist Ash. Tipptapptunen. Oh, wir wollen mal sehen was da drin ist. Ein Flummi und ein Aufklärer von Mario Boss. Zeig her. Flummi. Mit einer Bombe. Mario Boss. Mario und wie heißt der andere? Luigi. Und zeig mir mal den Flyer. Flyer, 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 Flyer. Und zeig mal her. Da gibt es das ganze Laufen. Bläh, 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 bläh. Schnell. 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 Und? Okay. Du bleibst schön hier. Dann leg mal alles zur Seite, nehmen wir das nächste. Ich habe ihn gefangen. Genau, gut. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. So. Wollen wir das nächste nehmen? Und da. Warte mal. Wer soll nicht wegrollen? Ja. Okay. Und das nächste. Das nehmen wir mal zur Seite hier. Hey, waren da auch Nashis mit drin? Da sind sie. Ich mach hier schon mal auf. Die Sterne von Mario. Ja, 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 ja. Okay. Ach so, was für ein Ei war das überhaupt? Thomas? Thomas. Okay. Thomas and friends. Thomas and friends. Und was haben wir da? Ein Radiergummi. Und Percy, Percy. Percy ist da drauf? Zeig mal her. Grün. Grün ist immer Percy. Und Percy steckt noch in der Tüte. Die musst du da noch mal rausholen. Und hier ist ein Aufkleber. Oh, ein Sticker. Auch Percy. Und hier ist ein Radiergummi. Wie immer. Also warte mal. Ich muss das erstmal noch. Warte mal. Ich brauch's mal. Ich mach das immer Thomas. Und so und so und so. Hey, wo ist der Flyer? Ja. Also hier gibt es von Thomas and friends Jojos, Kartenspiele, Anstecker, Schlüsselanhänger, Radiergummi. Eine Menge. Haben wir noch eine Menge auszupacken? Ja. Bei den nächsten Eiern von Thomas and friends. Jetzt kommt das dran. Genau. Kleins. Was ist das? Oh. Ein Schlüsselanhänger. Ich würde sagen, das ist ein Schlüsselband. Den. 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 Den schenke ich dir. Den schenke ich dir. Du kannst an dieses Schlüsselband dein Fahrradschlüssel anhängen. Das schenke ich dir noch für den. Das Fahrrad? Nee, den Schlüsselanhänger. Das Schlüsselband. Na gut. Den machen so nicht. So. Was haben wir denn jetzt hier gehabt? Ein Schlüsselband von Planes. Das finde ich gut. Mario Bossi. Den. Von Mario Bossi. Der Flyer, der Flyer, der Flyer. Der Flyer von Planes. Das sag ich mal her. Oder halt mir den mal hin. Am besten andersrum, dass ich den sehen kann. Cool. Cool. Ja. Einmal umdrehen bitte. Ja. So steht da auf dem Kopf. Du musst ihn nochmal drehen. Ja, das war schon ganz gut eben. So. Umdrehen. Oder so. Ah, jetzt umdrehen. Nee. Das wäre echt cool, wenn du mir das jetzt mal zeigen würdest. Das ist so. Ja, gut. Nicht wackeln. Bis da. Schlüssel. Schlüsselanhänger. 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 Schlüsselbänder. 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 Anstecker. 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 Wir haben hier ein Schlüsselband. Ein Radiergummi. Noshis. Ein Sticker von Mario und Luigi. Ein Sticker von Thomas mit Percy. Ein Sticker von Planes. Und die Sterne von Mario. So. Äh, ich glaube, was fehlt noch. Ich glaube, gleich gehen wir erstmal wieder ins Platz. Äh, was fehlt noch? Irgendwas fehlt noch. Ja, was fehlt denn? Es ist hier und da. Musst du raten? Äh, ich guck einfach nach. Nein! Was ist raten? Ich weiß, was das ist. Der Flummi fehlt. Und richtig. Genau. Und jetzt fehlt aber immer noch was. Psst. Äh, das macht es. Ja. Und? Was fehlt jetzt noch? Ja. Und tschüss. Goodbye. Tschüss. 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 Tip-tap, Tio. Tip-tap, Tio. Tip-tap, Tio. Tip-tap, Tio. Tip-tap, Tio. Grazie a tutti!